Aufgabe 3C. Familienfeier. Ihr braucht Rindersteak, frischgebackenes Baguette und eine Kiste Wasser. Wie weit muss dein Papa fahren, wenn der Bäcker, der Getränkemarkt und der Metzger je zwei Kilometer entfernt sind? Was ist deine Lösung für Papa? Dann geh doch zu Netto. Das kostet da auch nur 8,86 Euro. In einem Einkauf alles besorgt. Einer für alles, alles für günstig. Netto.